Hallo, ich bin der Özaydin Akbaba. Ich bin geboren in der Türkei. Meine Eltern sind mit der ersten Gastarbeiterwelle Ende der 60er Jahre nach Österreich migriert. Ich und meine Geschwister sind bei meinen Großeltern aufgewachsen und nach vier Jahren später haben meine Eltern, also mich und meine Geschwister, nach Österreich nachgeholt. Ich habe in Wien alle meine Pflichtschulen besucht. Nach den Pflichtschulen bin ich in die Gastronomie gegangen, wo ich wirklich über zehn Jahre lang in der Gastronomie tätig war. Und nebenbei habe ich die Schauspielschule besucht, die Filmschule Wien. Mein Wien, mein Wien blüht auf. Mein Wien ist wunderschön. In meinem Wien ist ein anderes Denken aufgetreten. Und überhaupt, weil ich von der Gastronomie komme, überhaupt die Kaffeehauskultur, da denke ich gleich an Havelka, der einst einmal Migrant war. Und heutzutage ist Havelka ein typischer österreichischer Name. Und ich wünsche mir, dass auch bald in den nächsten 50 Jahren die Agbavas sowie die Mehmetz, die Öztürks, die Ivanovich und die Petrovich auch typisch Wiener Name sein werden. Also meine Botschaft ist an alle Menschen, egal welche Herkunft, welche Kultur und welche Traditionen auch sie haben. Meine Botschaft ist, habt Respekt vor älteren Leuten, seid hilfsbereit und zu den jüngeren Menschen vorbildlich. Wir alle sind Wien. Wir alle sind Wien. Vielen Dank.